Ein Eis hat sich verschoben. Ja, auf den 21. Oktober. Ja, genau, das soll zu sagen, ja. Oh ja, ich freue mich mega. Einfach ein Bratwurst-Tag. Ja, Gerhard, irgendwann schaffen wir das, dass du auch dabei bist. Und Pinot nolgert. Irgendwann mal. Pinot nolgert. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber irgendwann schaffen wir das mal. Alle zusammen. Irgendwann mal. Oh. 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 Oh.